alles klar leute ich bin gerade in dieser mikropole und nein der schatz 2 ist jetzt eine rote schatz zu aufgetaucht und ich hoffe dass jetzt was geiles drin und auf ebene 6 oder so ja mal was hier drin ist ich habe die kaputt kriege alter ist immer kaputt kann man mal jemand helfen das ding geht nicht kaputt danke ist der alter ding helfen wir mal einer hat man da so lange kaputt krieg besser irgendwas richtig geiles problem ist hier gibt es ein zeit damit sich das nächste dinge öftert habe ich glaube ich gemerkt man ja seines sonnenbrille halten okay auch nicht schlecht also bin ich jetzt für ein accessoire eingegangen ich glaube wir sind in der sechsten ebene ich mache das im raum ja ganze ebene mal dann weiß ich wenigstens wo genau mache ich hier irgendwie war nicht irgendwie erkennen kann ob ihr gefunden werden kann oder so jetzt außerdem aufgefallen dass jedes mal gott nicht die viecher weißt du was hier so im kritischen modus da würde ich gerne mal mystische art einsetzen ich sehen wir ja was neues kürze form geil wo ich hier ging also schnell zurück also löst die viecher die haben irgendwie 9199 verteidigung das heißt macht zwar keinen schaden da gucken wir mal vielleicht sehen wir aber neues hier einsparen naja das haben wir noch nicht gesehen so was bist du bist du übernimmt anzeige voll wart da kann ja schon wieder dings ja ja schon wieder dings einsetzen und dann komm mal her morgen ja weiß dieser axt rein sich ausgesundern ach ja schon wieder jetzt aber glaube ich nicht so bringen jetzt mal ganz gehört okay das war gut aber es bringt nichts weil 1999 extra hier auf zauber gemacht bei flinden wir sind ein bisschen nervig ist ja gar nicht da so ich glaube jetzt aber links hier von ist direkte ausgang die ganzen ebenen also abzuschicken war also doch nicht so eine dope idee jetzt außerdem aufgefallen hat jedes mal mehr eigentlich nicht jetzt mal wenn irgendwie so mehrere orte oder so da sind es irgendwie noch ein speicherpunkt hier vor dem raum also so im sinne von ja wir wissen jetzt mehrere weil die karte war irgendwie so komisch ich wusste erst einmal ganz nach unten und dann nach rechts da muss ich auf dem gleichen weg noch mal zurück weil ich konnte nicht durch die mitte durch weil da ist ja der ausgang wenn ich den ausgang irgendwie mache die gegner besiegen dann komme ich ja in die nächste ebene rein also ja ja da wollte ich jetzt sagen wer ist voll abgelenkt worden übrigens so ein bekommen mein name ist ja neuer part jetzt seine eigentlich sehr gut das hier gibt es noch einige sachen ich finden kann stylische sonnenbrille ich meine es jetzt nicht dort aller geist was ich bekommen habe weil ich weiß dass ich noch was kriegen kann ja deshalb aufgefallen ich habe schon gesagt auf dem gleichen weg irgendwie zurückläuft dann tun die gegner noch mal neu erscheinen voll doof ist immer doppelt am bekämpfen wenn ich irgendwie 2g wege geben muss ja komm mal hier verfangs und ich jetzt bekommen habe hier so viele gegner sind da über zauber 3 gut das war wenn wir jetzt im philament e7 und ich habe eine stylische sonnenbrille bekommen da ist eine sonnenbrille polis für raven nur für raven große pfeife alleine wo hat er sagt er so gut also ja ich wollte jetzt noch mal zeigen was ich hier so getan hat scheint sich zu lohnen allein schon wegen accessoires hier ja einmal reinzugehen jede einzelne ebene abzuwandern jeden einzelne truhe zu finden also ja das wird mich hier noch ein bisschen was nicht aufhalten ich weiß nicht weil ich bin nicht bis zum zehnten ich bin zum zwanzigsten gegangen oder bis zum zwanzigsten untergeschoss oder da war zehnte das letzte weiß ich gar nicht da wird einmal hier so das ist einfach weil jetzt war irgendwie hier noch hier auf den 123 dinger noch und ich habe hier angefangen ich musste hier hier war das hier war der ausgang hier habe ich angefangen hier war der ausgang und ich musste so runter laufen und ich konnte ja jetzt nicht nach oben gehen und die monster erledigen weil sonst wäre ja welcher wieder rausgekommen und hier unten rechts war auch noch in der truhe wo ich jetzt hier die sonnenbrille geholt habe und ja ich musste also so runter laufen dann auf dem gleichen weg noch mal zurück und so laufen so und dann bin ich jetzt gerade hier so lang gelaufen das ist ganz schön nervig so da ist es einfach ich glaube das ist layout hatte ich sogar schon wie es exakt gleiche layout einmal noch zweimal nach oben und allerdings ich glaube das hatte ich schon mal so aber wenn ich jetzt weiß hat diese roten truhen ja ich habe mich schon gefragt hier weil die schatz und die heißen alle schatztruhen blau ich habe mir schon gefragt da gibt es bestimmt mehrere farben und ja wenn ich dann also sehr so eine truhe auftaucht dann schmeiße ich die aufnahme an und dann gucken wir weiter drin müssen so macht man hat dann alles klar gut dann muss sagen dass ihr euch dann mich das nicht so hat gefunden habe also bis gleich ja da bin ja der truhe von als karkommer neue gegner das war kommentiert und wie lange hat außer sich das kaputt kriege auch die nicht so schnell kaputt helfen wir lieber die gegner natürlich nicht schnell genug kaputt war die zeit hier und ich weiß nicht was passiert ehrlich gesagt wenn die zeit abläuft mein raum irgendwie abschließt und dann die wege auftun dann scheint irgendwie so eine zeit und die abzulaufen der mitte deswegen ja weiß ich weiß nicht was passiert wenn man zeit ablaufen lässt und ich will das auch nicht herausfinden ich habe schon lange nicht mehr gespeichert da komm her ich habe heute kaputt es wurde rutschig jetzt eine bombe geschmissen auf einmal bin ich umgefallen was geht zum glück wissen meine partie mitglieder nicht irgendwie man die gegner hier wie schnell und tötete 72 klinge so cool bei wachen dann definitiv neu und gebetes gerade drauf gedanken was gab es die beiden gern schon jetzt muss den ganzen weg noch mal zurück laufen und zwar nämlich wenn ich von hier kommen möchte ich einen ganz weg wieder nach unten laufen und ja das wird lustig sehr schon am ausgang wenn ich weiß nicht die waffen anschaue so wir sind im firmament in 9 ich habe es gerade durch diesen einen raum geschafft und ja so wie es sich herausstellt war diese eine waffe ich gefunden habe flinns teufelswaffe cool das ist irgendwie verdächtig es gibt mir irgendwie noch mehr grund und hier weiter rein zu gehen und als irgendwie eins zu sagen ich glaubt von wem habe ich eigentlich noch nicht die teufelswaffe ist jetzt mal eine gute frage zusanne das thema ganz unten natürlich sehr gut merkurius ist dann alles klar neben dem jury ab ist ja sie sage ich das eigentlich nur noch von patty fällt jetzt die teufels ab und dass sie auch ein ps3 exklusiv charakter ist sowie flinns sagt für ich finde die waffe vielleicht auch hier drin ist diese nekropole erst irgendwie aufgetaucht in der ps3 version oder so ja nur noch patty ist teufelswaffe viel cool übrigens gibt die konsequenz aus launenhaftigkeit ja ich habe so eine bombe irgendwie so eine bombe gezündeten sind irgendwie alle gegner direkt weg gewesen weil die gleiche bombe die uns irgendwie zum ausrutschen gebracht hat so ich werde übrigens beim nächsten mal hier aus wem hat passiert wenn die zeit abläuft also bitte sagt hier ist ein speichern punkt also teufelswaffe würde ich doch schon gerne abspeichern jawohl und weil sie nicht ich weiß ich meine das beste was passieren könnte ist wenn die zeit abläuft ist hatte ich wieder den aufzug nach oben landen und in dem letzten raum wäre da zum beispiel richtig gut gewesen weil dann hätte ich den ganzen weg vielleicht nicht zurücklaufen müssen dann hätte ich einfach nur die zeit ablaufen lassen können dann wäre ich wieder am anfang gewesen und der ausgang der war wirklich nur so ein zwei felder entfernt also ja ich sollte vielleicht mal gucken im nächsten raum hat passiert wenn ich die zeit ablaufen lassen nachdem ich in den raum abgeschlossen habe so aber ich sehe euch dann weiter wenn ich jetzt weil ich hier noch was gefunden habe oder so also bis gleich so wirst du was wenn man schon mal hier sind ja mal gucken hat er noch weiter ist vielleicht kommt ja noch eine ebene weiter runter man guck mal mal ist jetzt noch weitere war jetzt bin ich ja schon mal hier drin also damit den überlevel habe ich auch was wort geworfen also ja die stadt des abnehmenden mondes okay ist ein komplett anderes gebiet jetzt wo sind wir was passiert ich dachte wir würden weiter unter gehen sehen oder drüben das ist der mond sind wir wieder an der oberfläche schwache funken er fungiert als leuchte das ist also aus paradies der garten ist abnehmen mondes oder sonst was dieser ort fühlt sich auf jeden fall geheimnis an aber paradies würde ich nicht nennen ach ich weiß es selbst nicht mehr auf ihr da anders als wir hier von waren was wir wir kann von oben oben kein oben nicht gut verstanden lebt er sie sehen ziemlich verängstigt aus seien sie aber wo sind wir ja hier dort des abnehmenden mondes ihr kennt es nicht seltsam dort sowie er habe neben dem mond ist das vielleicht das paradies ich kann nicht alles sagen oma ist anführer oma weiß alles die suche wissen frage oma oma wird es euch sagen wer ist roma anführer körperlos nur stimme im inneren so in dieser komische sprechweise für mich klingt es so als ob es der struktur längst vergangener sprachen ähnelt können also davon ausgehen dass es hier in der in station ist so das habe ich mir wirklich nicht vorstellt dass ich vor meinen paradies und halb von zauber hörte meinst du nicht hier wäre ordentlich schütze zu finden oder so ich meine wir haben eine teufelswaffe bekommen also eine sonnenbrille wir haben eine ultimative wachwürger und eine stylische sonne na wir können ja nicht einfach alles umgraben wir leben menschen ich denke diese oma figur hat vielleicht antworten für uns schauen wir uns mal an ok lieblingsorte ja das lieblingssorte mal meine wachschung ich habe gedacht eigentlich das geht jetzt genau weiter aber anscheinend nicht die stadt des an den mondes im himmel mond am bros lange zeit heute nach mond am bros macht mond helden finstern jetzt okay ich habe das anstatt des abnehmenden boden ist okay bei oma kennt vier seltsam arzt und wo man setzt arzt einstellt arzt herr okay und julie benutzt die erwarte tschuldigung hier so viele mond arzt irgendwie hat wo ich muss schon wieder an diesen tschuldigung stadt text reichweite als augen zu sehen leute leben in der nähe früher auf viele leute ok lange zeit ist das land heimat von zivilisation jetzt alle fort tschuldigung im land der toten es geht schon wieder los mann weise muss ich morgens immer wie ein bekloppt haben jetzt fängt das schon wieder an keine ahnung jetzt mal wenn ich morgens aufstehen muss irgendwie 20 meint einander niesen schon seit jahren irgendwie ich weiß nicht wo an der lied ausstaub ich mal gelesen kennt hat sein aber warum denn dann nur morgens sieht verlassen aus sie sagen noch oma hat keinen körper also das hier würde passen drüben ist ein nicht wer erscheint da was wo ich bin oma ihr seid nicht meines volkes von wann kamen die herr du musst nicht so schreien wir sind genau hier wir kamen von der oberfläche die oberfläche so täuscht du mich mein empfinden nicht das tausendjährige torwart geöffnet wir suchen den garten des abnehmen mondes ist er das gehört es wäre ein paradies ein paradies ein paradies der namen marktgarten des abnehmen bonus lauten noch ist es ein gefängnis ein gefängnis das war es bis jetzt doch nun habt ihr endlich die tür grafik euch gebührt mein dank es durch war gerne umgehen aber was hast du jetzt vor ich kehre an der oberfläche zurück und sehen verderben unter dem intellektion all jenen dienen zu helfen wagen ich stelle jene herrschaft wieder her die mir unregelmäßig interessen bat wir sind sie und was wollen sie mit den intellektion auch spüre wie sie ihre macht ausstrahlen so hören sie gut zu hüterin der intellektion wir sind die herrscher der menschheit die kinder des vollmonds vor 1000 jahren wehrten wie diese welt bis ihre vorfahren sich mit den intellektion verbinden und uns einsperren kann es zu einer art macht kampf und lass mich raten seither hegst du ein gold du hast wirklich ein engels geduld ich wusste dieser tage wird kommen die kraft von am rita gestatteten ja 1000 jahre zu überdauern bis meine rache endlich wirklichkeit würde und endlich ist meine zeit gekommen kehre zur oberfläche zurück und verneigt euch von mir nein halt es ist weg so viel zum thema paradies das wird eine ziemlich ernste sache soll er sollte das ist dieser ort 1000 jahren wurde die kinder als vollmond die sich verweigert weigerten einer land mit der intellektion einzugehen und sich um die an der fahrgüste kann man hier von den anderen eingesperrt also sind die leute draußen ihre nachfahren viel wichtiger ist wie laut unser plan wollen wir oma verfolgen wir müssen handeln und heraussehen was oma im schilde führt da drüben ist noch eine formel das ist noch ein teleport formel wir können weiter runter gehen und um mal wird nicht versuchen uns aufzuhalten prima statt des abnehmenden mondes ja sie sagt irgendwie auch kind des mondes oder der pinke haare hatte das sind wir merkwürdig warum dreht ja gut und wir waren da rein jetzt geht es hier wieder weiter ist ja genau gleich erst genauso eigentlich für das grab weiter oben dann lass uns gehen solange wir noch können existenz e1 okay und wie stark gegner hier sind ich glaube so den ersten dingen hier werde ich mal aufnehmen und danach mal das war also das dorps kind des vollmonds sie hat echt ein bisschen aus wie erst hell los ist meine vorfahren taten oma diese strafe an sie spenden all diese menschen die unten ein ich wünschte aber es ist nicht so ausdrücken ich bin sicher sie hatten ihre gründe die leute selbst schienen nicht besonders verbittert zu sein sie sahen aus erzählen sie vergessen wer sie einst waren jahrhunderte tun leute hier so etwas an doch blieb oma zorn erfüllt er sagt etwas von am rita ist das ich habe noch nie davon gehört aber ich schätze es hat sich meine art lebensverlängernde medizin aber man es wäre verrückt wenn es so etwas wirklich gebe nein danke ich wollte nicht von frücken medikamenten abhängig sein um am leben zu bleiben ich wäre das gefühl nicht los dass meine neugierungen zu einer truhe führt die wir nie hätten öffnen sollen tut mir furchtbar leid macht ihr nichts aus wenn wir es nicht gefunden hätten dann wäre es jemand anders gewesen meinte wir können mit oma vernünftig über seinen tausendjährigen kohle reden weiß nicht sehr schön wenn oma offen dafür wäre aber wir können mutmaßen so viel wir möchten aber bis wir oma finden wird sich nichts ändern ok gut nehme ich meinen geläts genauso wie in den anderen dingern kommen wir da so einen weg den ich folgen muss oder so warum geht es mir nach rechts bin ihr sowieso nichts kollege ist aber nicht so eine statue in der mütze jetzt sind wir jetzt tiefer ich dachte er wollte an die oberfläche gehen warum ist mir jetzt auch hier eingegangen dass er wollte rache nehmen warum ist mir jetzt dann auch jeden system eingegangen verstehe ich irgendwie nicht okay muss ich natürlich versuchen nicht den teleporter zu erwischen nämlich wieder irgendwie ein paar dinger weiter schicken so sind immer noch die gleichen gegner nur ein bisschen stärker vielleicht weil sie nicht und was sagt wo ich mich da nach oben und dann irgendwann nach rechts eine chance haben gibt es werke junio ok neugegner 60 kein wegen er hatte überhaupt schon erzählt ja auch was passiert wenn man zeit ablaufen lässt kann ich ja mal zeigen wir gleich nicht zeigen aber gleich mal zeigen hat hier so eine uhr ist ja irgendwie weil sie nicht abläuft jetzt aber da war gerade weg geht naja seht ihr das ist eine kleine uhr wenn ihr sich füllt dann wird weiß nicht damit einfach weiter erkämpft an tom trocken einfach neue gegner auf und du bist glaube ich neu da tauchen einfach neue gegner auf und ja man muss sie wieder bekämpfen also aber schwäche licht ich habe eine lichtwaffe durchmacht schwert von dem an erzieht so cool aus nicht glaubst du nicht ich habe natürlich wieder gucken jetzt waren jetzt nicht mehr geile schatz oder so ne die sind wahrscheinlich immerhin sind in diesen dingern wo viel mehr frohen an ein ding sind keine neuen gegner aber die viecher vernerbt gegen ihn zu zaubern glaube ich das macht ja ganz schön schaden lerne naja ist da so nervig hier sagen wir machen das ja auch noch hier weiter einfach so lange weiter wie es geht wenn man wird ja wohl weiß nicht jetzt war nicht an der gesamte bonus dann schaffe auf level 72 das gibt bestimmt noch irgendwie viel höher und man kommt bestimmt gegen die gegner sind irgendwie der 100 oder so dann habe ich keine chance mehr und dann gehe ich halt hier raus da ist jedenfalls der plan ohne die land zur ich glaube die sind auch gegen licht ja ich glaube natürlich stoße einsetzen geht irgendwie nicht anders also hat von nervig gemacht schwäche dunkle ja ich habe niemanden der dunkle angebot oder glaube ich auch mal jetzt darunter kriege ich doch meine an voll dem nicht gemacht was soll wie na wer hat er in dunkelheit zauber etwa die tarnel ja da ewig bis ich den kaputt krieg ja da kommt ja schon ein bisschen geschwäßt hat so irgendwie machen dauert halt nur irgendwie ewig bis die runter krieg hier mit naja wenn ich bis in dem ich hatte ja mein gegner haben die magie einsetzen das muss ja man aber egal wie lange dauert er sich den herunter kriegt jahrzehnt hier und es wird man zauber ein irgendwann erfolg haben wir sind gegen ein einziges element aber wenn ich rieter nicht dabei aber man kann jetzt mehr abgezogen stehe nicht da fehlen die noch haben hier herunter kriegt da kann man sie auch feiern der treffer setzen wir sind jetzt zurück gehen wir schon wieder leicht gegen die gegner kämpfen jetzt mal eins hier von einem weil wir finden ja meistens bei den schatz von überarbeit da wird gemacht ich bin eigentlich nur hingegangen um zu gucken wir haben geile japan tödlichen treffer verpasst aber wir sind eigentlich auf den armen nehmen ich versetzte mal jemand ein da war eine totale zeitverschwendung er sich lang gedauert wegen diesen blöden gegnern und hier muss ich dann schon wieder gegen die gegner kämpfen ja okay ja geht der fliege sieg und so das hatte alle miteinander aber der frist einfach irgendjemanden glaube ich jedenfalls einen seiner muss soll den rest dieses gebiet natürlich dann nicht aufnehmen außer wenn sich irgendwie was tut also ja und ich bin neuer gegner oder irgendwie so hat kommen das wird irgendwie ewig da und dadurch bin ich wahrscheinlich auch nicht einfach da habe ich ja schon wieder hat schutzwelt auch nicht elementar attribut sagt nein gut was ja weiter ihr seid nicht neu selbst schon auch anfällig gegen licht gut daneben ist jetzt nur ein kolleger aber hat die kritische format macht das war einfach ein jahr boom die noch fühlt sich so schnell auf ich habe noch kritische form gelesen also ja schon wieder ja was anderes sehen sind sie alle tot nein schade ja die anderen kombinationen sehen immer musik da vielleicht meine truppe wechseln zu riet haben diese magischen gegner geben wir haben sonst irgendwie tb schuhe ist da wird existenz e2 sind wir gerade dann würde ich sagen wenn irgendwas neues passiert wenn ich eine truhe finde oder so dann sage ich euch bescheidig ist ein speicherpunkt perfekt wenn der katz ihn ja aufploppt sage ich bescheid wenn irgendwas hier passiert sage ich habe bescheid und dann seht ihr wie es hier weitergehen also bis gleich guck mal da ist ein schotztruhe in der mitte und da hinten sehe ich irgendwie glaube ich einen neuen gegner auch noch gott war land wo sie ihres höllisch sind das ja alles für den habe ich bin nur noch übrigen den schutz von hier ist ich da 75 75 75 okay ich muss mal erst mal hier drauf gehen wissen kritischen sehr gut konkret wie gerufen hätte gesagt sondern gehen wir mal im überlimit wird wahrscheinlich sowieso weil er damit über den ko kriegen den seine anderen kollegen ich habe rieter mal ins team genommen und ihr alle möglichen flächen angriff zauber hier nur aktiviert also sie hat jetzt nur diese sind flut und den ganzen meteoriden sturm aktiviert und müsste schaden dann kriegen wir die tun jetzt auch getroffen so viel zahlen soll jetzt irgendwann mal alles trifft kommen dafür abgesteckt die axt hat man noch nicht geil weiß hat er ist hat das war sogar gegen alle gegner sehr gut und mir auch getroffen alle wurden getroffen hat er kann man irgendwie bekannt vorhin habe schon mal irgendwie gesehen das ist noch nicht nach wo nicht er sagt irgendwie so no items er war eine ahnung von welchem spiel ist ja noch mal weiß ich nicht wenn ich auch mal irgendwie im boss irgendwo glaube ich weiß gar nicht ich kenne diesen einen clip hier irgendwie würde er so in der müsste gerade ein so genau items premium piraten unterhalten cool doch dann stellt sich aus dem spiel ich kann ich habe warte ich muss 43 sekunden war ein bisschen item einsetzen kann ja jetzt bin ich mir ziemlich sicher hat dieser eine typ ist no items aber auch naja stört sich aus der ist aus dem spiel hier keine ahnung ich kenne irgendwie von dieser mystic art hier ich glaube da war mal irgendwo im krank oder so weiß ich nicht dann verwechsel ich da gerade was naja weil sie sind auch gegner einer von dem hat voll viel abgelehnt kleine viecher hier ich habe dieser typ hat nichts zum klauen gab also wir gehen übrigens langsam mal die items aus nicht so unglaublich aber okay du hast nicht irgendwelche er kommt voll viele gegner irgendwie irgendwie maximierte verteidigung nahe er geht noch auf die liste lang sagt ich habe immer magie einsetzen muss und so deswegen habe ich auch hinter ins team genommen jetzt was ist im angst modus dreck ich hoffe im kritischen modus kommen auch alle dinger hier ich glaube im angriff und geschicklichkeitsmodus oder sowas nur eine begrenzte anzahl von feldern und jetzt habe ich den kritischen modus nicht meine gott war dann meine müsste gerade abgebrochen da muss man jetzt runter gehen ich habe links war der ausgang ich glaube ich schalte euch ein wenn ich hier aus wäre also bis gleich so bist du raus geschafft gucken wir uns mal an wenn ich sonst also bekommen habe ich irgendwas neues bekommen primium piraten und auch mal was ob das ja nicht einstaubt kann ich ihn überhaupt tragen wenn sie das hier hat nach man sieht irgendwie komisch aus nein oh gott das war das hier ist besser ein speicherpunkt ich glaube schon lange er selbst speichern konnte die gegner werden gott sei dank die gegner werden langsam etwas ungemütlich habe schon wieder ein level dazu bekommen muss einmal eine ausrüstung im kleinen boss kampf wegnehmen damit der neue herausforderung wird eine neue fertigkeitspunkte habe ich bekommen weil ich aufgelöst bin sich hier noch irgendwas lernen ja natürlich aber ja ich glaube 75 hoffe wir erreichen 75 gehen dann in den kleinen boss kopf da müssen wir ja wohl weit genug gekommen sein 75 nicht weiter wäre schon ein bisschen zu hoch das war bis gleich okay eine wilde truhe ist erschienen auf ebene 9 glaube ich glaube wir haben alle unsere tp ja niedrig okay dann wäre natürlich gut wenn die wieder in die klitsche form gehen könnte dann könnte man nämlich direkt wieder die müsste art einsetzen und ich will da was neues sehen mal form nein nein ich gehe jetzt einfach mal davon aus hat die klitsche form einfach alle dinge hatten vielleicht hat auch preise nicht eigentlich truhe kann vielleicht auch sein hat irgendwie weil sie nicht die andere form einige sachen hat die klitsche form ich hat oder die geschickt form oder irgendwie sowas aber schauen warum haben wir erstmal alles kaputt ich habe mir noch nicht bloß bekommen die dinge hatten wir schon ich glaube ja ja genau okay er kann irgendwie weil ich das kann gut sein muss aber nicht nachdem wo daten schießt ich habe übrigens nicht komplett vergessen wo ich jetzt noch mal hin muss in der haus zu kommen das meine ich jetzt ernst habe keine ahnung wo ich jetzt noch hin muss das wird jetzt ein bisschen lustig werden ich werde ich dann wahrscheinlich reinschneiden wenn ich alles reparieren alle reparieren nein sagt mir nicht du meinst okay doch ich dachte damit hat er jetzt irgendwie die truhe nummer geheilt sage ich mal so lass mich mal gucken haha teufelsopfer für patty sehr gut schön damit haben wir alle nicht schlecht ist wahrscheinlich aber noch nicht aktiviert ne also bleibt immer bei ok immer gut das war gleich jetzt alle aktivieren so wieder ich kann eigentlich den kampf raus schneiden haben wir ja gerade schon gesehen was ich auch machen kann ich werde von jedem charakter die mystik art einsetzen wollte sagen was hat denn hoch gezaubert hat gerade sondern noch ein gegner übrig aber zeitliche katastrophe da schaffst du hat noch so nicht das natürlich im letzten moment noch weg graue ich schneide ich dann ein wenig was nicht ausgang gefunden habe ich habe nämlich keine doch ich weiß wieder wo aber ich starte ich dann wieder zurück welchen ausgang gefunden habe und ja bis gleich so wir sind jetzt hier am ende von der europole nostalgie existenz und ja wie man einen schon gesehen hat um da wartet schon jemand auf mich nehmen an da ist dieser oma so sieht mein team aus wie ich da reingehe wenn ich dem ob besiegen kann naja kommt irgendwie um ecke und ist level 100 oder so ein bisschen doof wäre und ja wir haben hier um diese waffe bekommen die teufelswaffe von patty und haben jetzt somit glaube ich alle von denen eingesammelt ich habe jetzt eigentlich rechnen hat irgendwie ein skid kommt oder so so im sinne voller wir haben alle teufelswaffen sind auch so kam nichts leider also ja schade ja ich würde sagen wir gehen jetzt mal einfach da rein und knöpfen uns den vor ihr habt ihre aussicht auf gnade vergeben indem ihr erkannt ich kenne diese stimme du musst oma sein warte oma ist kein mensch sieht widerlich aus ihr ungewöhnlichen kreaturen ich habe 1000 jahre erlebt ich bin oma herrscher über die menschheit und sie sehen fürchterlich aus und soll dann warum beleidigen gehen einfach das wunder vom amerika entstand aus der er in rein form verlangt nach 1000 jahren sein tribut also hast du dich vor den anderen versteckt deine gefühle mit niemanden geteilt tragisch schweig still ich bedarf deines mitleids nicht denn sie im tausch für die leidige gestalt erwarte ich die macht die intellektion auszureden eine gerechte handel oma hören sie mir zu der alle fahrungs bedroht dieser welt fliege sie hatten ihre beträchtliche macht darauf zu verwenden und zu helfen ihr vorfahren sparen eins mit selben zungen doch der alle fahrungs ist kein anlass zur sorge ist bald gerei aus sich erhebt wenn am riethaus er entsteht bist du kaum anders als die intellektion warum machst du das halte ich habe nichts mit ihnen gemein kennt die unverfahrenheit der phantischen intellektion keine grenzen ich werde ich daran erinnern wie eure wahren herrscher ist du erbärmlicher mensch man aber finger gerade an mir leid zu tun ernährt sich ich konnte nicht mal den text weg drücken so dann kommen wir ja magisches auge 60 da kriegen wir du bist schwach ging nicht aber wie schade ich habe fliegen gerade der lichtwaffe ausrichten so ich bin ehrlich gesagt schon in diese katzen gerade einmal reingerannt hat sie aber dann direkt weg gedrückt hat es mir aufgefallen ist ich will piet mich im thema anstatt repeat patty im team gehabt und ja ich muss selber klauen aber hat nicht gelohnt wie ich gerade gesehen habe aber spezifisch bekommen das ist ein bisschen beruf ich habe schon wieder die mystik art verpasst ehrlich ich habe doch gedrückt ich merke ich sollte vielleicht mit rieter anderen zauber einstellen wir wollen jetzt nicht diese ganzen super mega zauber eigentlich war nur sehr praktisch gerade in diesen gebieten sag ich habe ja aber keine chance kommen runter gesprungen repeat kommen da oben gesprungen okay ich dachte er ist da unten sie hat da irgendwie so ein körper ich dachte vielleicht kann man den und wir analysieren auch mit regen staunen schon wieder naja naja ich wollte eigentlich was fokus stück kreis in der blog drücken und der tut an wie sie an alter ist dafür ein fußzustand ja ich komme nicht ja ok ich wollte schon sagen ich habe diesen effekt wo ich ich mir alles geheilt wird dann sag 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 doch gemacht die tatsch ja das betreibt sehr gut ich kann noch mal versuchen müsste garten zu finden aber es wird gefühl wir schaffen genau so und zack war ja keine tippe mehr geht aber gar nicht es hat immer noch voll 4 tp ich meine jetzt so ein ring mit denen sie ihre dingen sie reduziert aber trotzdem irgendwie ich noch mal nicht der fliegt gemacht dass ich den schwer mit anvisieren hier kommt muss jetzt ein bisschen nervig ich bin schon wieder verwirrt ehrlich l2 normal angreifen was man kann kann auch mal weg gehen mit der zweite mann normal angreifen ist voll nervig da war jetzt nicht wahr ja auch nicht die ganze zeit zu verwirren nehme ich den dagegen sind wir nichts gegen halbe trank ich habe mich jedes mal verriert ich habe geblockt noch was wir jetzt bitte weg da sind schon so ein bisschen geändert 12 neue angriffe veränderte arzt eingefragt einfach nur noch passt so erzieht mich an den heran also habe ich diesen angriff gehabt ich da raus wollte eigentlich drei ansetzen da kommen wir einfach mal her gesetzt in die fresse mein gott hat sich gar nichts ab gar nichts abgezogen mit der normalen komo mehr abziehen ich habe so weit wie die platte auch schaden also rechnen ja ich mache 50.000 auch schon viel angerichtet ja da habe ich mal 10.000 anrichtet alle feuerbeider haben getroffen klar bei den schaffen jetzt müssen eigentlich alle in der lab kriegen und steigen die musik ja wie konnte ich gegen große menschen verlieren ich habe uns zu schlagen muss mehr als eine tausendjährige im roll tut mir leid der kalomäres warum ließ wir uns hier um uns aufs neue zurückzuweisen warum warum sind wir noch hier wie nieder schmettern das sieht wie ein maler kristall aus meint ihr das könnte amerika sein potz bist sie aus wie der schatz von dem wir sehen von dem serienzahlen gehört hat ja das ist also was zeit von mir an bord der schwarzen hoffnung gab meint er gab die amerika um nicht zu heilen oder so ja er hatte jedoch nebenwirkungen schließlich bin ich kein kind des vollmodens aber es gab mir eine zweite chance im leben und jetzt bin ich fit wie eine jüngere delphine ich damit sagen dieses zeug hat die uhr zurückgedreht kaum schon du weißt dass das unmöglich ist irgendwie macht das aber voll sinn dann es würde allerdings einiges erklären und weißt du dass erlaubt dass ich eure fantasie spielt seine rolle wir können nur die partie die gerade vor uns steht ist völlig richtig jeder macht dann erklärt wirklich einige sachen weil einige haben irgendwie immer davon geredet dass sie sie war irgendwie kapitän aber wie kann sie als kleines kind so hey was machst du da glaubt ihr so ist es am besten ja das ist vermutlich klug letztendlich weiß also das paradies ja oder und musste niemand von den monstern und kämpfen die haben einfach in frieden gelebt vielleicht dachte gran clay deshalb es wäre ein paradies ich frage ich was jetzt mit ihnen geschieht nun zumindest wird niemand sie als bedrohung ansehen sie haben in einer völlig andersartigen umgebung gelebt ich bin mir sicher ich bin mir nicht sicher ob sie an der oberfläche wort überlegen könnten wir können einfach das tor für sie auflassen bis sie sich entscheiden zu gehen ja ich stimme zu klein klärte das gleiche getan also lassen wir jetzt paradies versteckt von was why wie f Ich weiß nicht, dass ich mich verstanden habe. Aber ich weiß nicht, Esterlize. Ich weiß nicht, dass ich das nicht. Ich weiß nicht, dass ich das nicht. Ich weiß nicht. Das ist genau das. Ich habe gesagt, was gut gemacht. Alle... Ja, genau. Aber auch immer, wenn ich meine Frau, dann kann ich meine Frau nicht anders sein. Ich danke dir. okay so auf den ersten weg sieht er jetzt nicht so aus als würde es da weitergehen aber auch geht sogar nicht weiter alles klar ist eigentlich perfekt dann da geht es weiter oder nicht sieht so auch weitergehen dann gehe ich mal hier raus will ich sagen ja blöde ist nur ich weiß nicht wie weit ich mich unter teleportieren kann dann immer zur untersten ebene gehen dann dann nicht wo ja so haben wir es da zur höchsten eben gegeben okay wenn so ich werde dieses grüne ding einpacken können war okay dann bin ich jetzt ich bin wieder existenz was mein gebiet bin ich denn jetzt wenn ich jetzt wieder direkt vor diesen dingen mir zwar sehen ich muss das hier existenz ebene 1 und so komme ich wieder nach oben das war vielleicht passiert da jetzt hier was aber sieht nichts aus habe ich hier der einzelne raum gegen wie die kamera so ist jetzt ein optionaler dann müssen oder da gibt es hier noch irgendwas ich tue mich noch mal umschauen bevor ich hier ich nehme an ich kann mich immer einfach so soweit wie möglich da unten teleportieren also ja ja ich bin gerade ja okay dann nicht gehen wir mal raus du ok oberfläche fallzeichen zu dekontrolle industrie zur oberfläche auch cool komme ich dann so dahin oder ist auch richtig geil dann brauche ich ja nicht mehr da muss ich nie mehr durch saudi durch rennen also nicht schlecht alles klar dann weil ich spreche mal ja gut dann haben wir das auch erledigt ist jetzt eigentlich auf karte verzeichnet die alle da war schon vorher aber das wird auch hier angezeigt und von neunem pinken hand und erhält alles klar gut dann haben wir verließe schon mal abgeklappert wird eigentlich nur noch hier am jahr so bis namen kuban der eiland die müssen sich nicht hier abklappern dann können wir uns gleich danach zum finalen boss hier im wagen wir können auch auf level 75 vielleicht hochleveln vielleicht manchen gerade im kolossieren oder so keine ahnung ja gut dann würde ich sagen das glaube ich genug für diesen part haben wir die nekropole der nostalgie ein bisschen weiter abgeschlossen und ja in der nächsten fall geht es dann weiter mit diesen ganzen anderen orten wir müssen auf jeden fall verriet ja diese bücher abgeben dann ist schon mal eine quest über machen können und ja alles was war noch was ich vielleicht noch finden denn mal schauen keine ahnung ich bleibe mich jetzt als zuschauer nicht auf euch hat aber gefallen wenn ihr einst du bist dann aber kommentars wird mich davon dann sehe ich euch in den nächsten fall und dann sehen wir euch das tschüss